Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pete's Meet TV. Heute mit dem Sebastian, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist es mal wieder Zeit, so ein bisschen das Herz aufgehen zu lassen. Mal wieder ein bisschen gemeinsam daran erinnert zu werden, wie schön diese Welt sein kann. Indem wir uns lustige Tiervideos anschauen. Startet der Tag gut. Alter, what? Oh, der hat was am Arsch kleben. Oh, Gott. Wow. Da haben wir bestimmt Gewürzgurken drin. Alter, Tor bringt das nicht. Nee. Alter, Alter. Kannst du Sammy bitte auch mal Tomaten geben? Oh, no. Oh. Das ist ein Veganerhund. Oh, oh, oh. Oh, Gott, das ist abends. Oh, der Vogel. Oh, oh. Ey, die können schwimmen. Ich bin belassen. Alter. Da hat jemand glaube ich ein bisschen zu viel Drogen gekriegt. Oh, Mila, 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 get over here, Mila, no. Alter. Das ist sehr nice. Da sind wir aber sehr entspannt. Oh, no. Oh, no. Ah, schade. Das ist einfach irgendein Schaum auf dem Badenwasser gewesen. Das wäre fest. Wäre einfach Boden. Ja, genau. Wie sind die das nicht? Ich glaube, die kennt die Spritzer. Oh, mein Gott. Hä? Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das war. Glatt. Oh. Oh. Yeah. Ja, wir mitbuddeln. Yeah. Oder will er die, den Spaten begatten? Kaputt haben. We brought the dogs with us. What the fuck? Als ich vor irgendeinem Käfer erschrocken. Oh. 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 Krass, dass der sich da drüber traut. Hä? Was? Oh, lol. Oh, lol. Alter, das ist saugefährlich. Ja, wirklich. What the fuck? Ich bin... Oh, mein Gott. Das Sehnchen geknackt. Was? Das ist aber ich. Ja, ich hab auch. Ja, ich hab auch. Sophie, kann ich bitte aus deinem Bruder? Sophia, let Jameson go. Sophie! Let him go. Should I drop out? Oh, give me my pen back. Shad this dog away. Okay. WTF? WTF? Redet. Ja. 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 Nee, nicht zu machen. Boah. Alter, geil. Boah. Boah. Wut ich? Boah. Was ist das denn für ein Ding gewesen? Sind diese Türstopper in Amerika? Ja. Lull. Oh mein Gott. Das ist Fake. Okay. Ja, das ist Fake. Sicher? Trotzdem riesig. Das ist nicht Fake. Alter. Das ist nicht so geil. Alter. Die. Alter. Alter. Also. WTF? Lacht mal nicht. Ach give me an. W pollution. Echt mal. So. Ich geh in die 5 Life Küche, weil's in die Luft'n hören kann ich das sch objetiken. Wtf? Sasch. Ja. Wie geil ist das? Mehr will ich ja auch, ohne Witz Tschüss der Wtf Wer möchte raus? Offensichtlich Hä? Achso, der läuft um am Kreis Wtf Das ist ja mega gut Wtf Buffalo, ja Oh ja Gut Boy hat richtig Bock Zieh, Zieh Hahahaha Wtf Holy shit Okay, amerikanisches Stromsystem Wtf Sieht cool aus Oh my god, what are you eating? What was that? What did you eat? Oh, oh, oh Oh Ob es so ungeschickte Katzen gibt Hwam Hwam Oh my god Let's go noch reingestellt Just take those all Ruhhahaha Yes, I love you You're my good girl Was ist das? Keine Ahnung Haugknochen oder so? Wtf Hä? Oh my god Sie machen Angst vor Gewitter Ich glaub, die brauchen auch so ne Treppe wie am Arsch. Oh Gott, der findet das auch noch super. Voll geil. Oh Gott. Oh. Get your medicine? Here. The life of a cat dad. This is bad behavior. Who raised you like this? Who? Who raised you? Do not throw hands with me. Do not throw hands with me. You throw hands with me right now? You throw hands with me? Stop it. Bad teeth. Bad head. I'd like to talk to you about your car's extended warranty. Can we talk about your car's extended warranty? I'd like to talk about your car's extended warranty. It's not your time. You don't want to talk about the warranty? Okay, okay. What happened? Und der Blick, ey. Wie geil ist das denn? Tiere scheinen so manchmal komplett wie ein Milchgeräusch. Ja, und manchmal auch total übersensitiv. Das ist weird. Aber auch so diese Hunde, die dann irgendwie direkt vor der Box schlafen oder so. Und dann halt abchillen. Da stellt man es immer wie. Oh, da hängt es mal fest. Stop. Get down. Oh, Bull. Ein Löwe. Halt's auf. Oh, das nicht auffällt. Kannst du mal kurz drückspulen? Den Clip mit dem Tisch gerade? Ja, klar, oder? Das wusste die auch mal doch. Ach so, dass die da... Ach so, ich dachte mir gar nicht, was hat die da an der Hand, aber das sind aber nur Haare. Ich finde gut, dass der Teller auch mit einer Katze ist. Stimmt. Ach, stimmt. Hey, Arthur. 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 Alt ist er. Hey, good boy. Oy. Ehe. Oh. 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 Rünnbewegung Wow Ein Hindigo, am Anfang des Weihnachtsmuskurs. Nur für Leute, weil ich vielleicht vergessen hätte, dass ich seinen Kugel verletzen habe. Oh. Wie kattest du das so süß? Heeeey! Hey! 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 Do you want a dental gym? Alter, was ist das denn? What the fuck? Ach du Scheiße. Okay. Das klingt nicht so gesund. Nee. What are you doing? Mei! What are you doing? Eingeschlossen. Oh. Oh. Okay. Okay. That's very good. That's good communication. Okay. Come on up now. There you go. Alright. Das ist gut. Schon wieder sauber. Von Teamwork. Bitte was? Ja, das war rückwärts. Das war ein Rewinder. Nee, brav. Ich hab erst ja, da wird aus Zufall passiert. Ich hab das nicht so schnell registriert. Wie heißen die Hunde nochmal? Laute Klippe. Pitbull. Pitbull? Ach, Pitbull. Okay. Willst du einen haben? Nee. Pottenhässliche Viecher. Beweril. Ja, ja. Beweil. Quem, ne? Das war zwei Klippe ab zu viel, glaube ich. Ey. Ah. What the fuck? Frech, ganz schön frecher Biedel. Oh, die linke Katze ist ja geil. Oh oh. Abschluss. Ne, doch nicht. Nice. Das ist bestimmt schön warm in der Sonne. Das ist glaube ich unscharf. Meinst du? Minimal? Ey, ich erkenne was. Was ist denn jetzt hier am Ende? Oh, ich glaube das sind die unterschiedlichen Posen. Naja, der hat sich gerade gedreht. Ja, ist glaube ich nackt gerade die Katze. Nacktbild von der Katze. Hä? Warum sind dir die letzten beiden Sachen geblurrt? Vielleicht ist da normalerweise ein Outro, also quasi, dass die Sachen, die an Videos angezeigt werden, auf die du draufklicken kannst. Ah ja, das kann sein, stimmt. Dass jetzt aber nicht angezeigt wird. Ja. Ach ja, das waren doch jetzt mal wieder ein paar schöne Minuten einfach nur der inneren Ruhe und des Lachens. Ja. Ich hoffe, ihr habt das mit uns genossen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.